So, willkommen zurück bei Outlast. Und wir waren gerade bei der Stelle stehen geblieben, wo es drauf ankommt. Ne, nicht wo es drauf ankommt, aber wir gehen jetzt raus. So. Das mit dem Regen ist schon echt unangenehm. Es wird einem direkt kalt. Ach, Manu, ich will aber wieder rein. Was ist das? Ey. Ah, sieht das nicht mehr. Oh mein Gott, hast du eine Batterie für mich? Nein, das ist aber schade. Jo. Okay. Eine Akte. Und hier oben komme ich auch nicht weiter. Ich dachte, hier draußen gibt es irgendwie ganz viele Batterien. Da habe ich mich aber wohl betäuscht, oder war das an der anderen Stelle? Aber ist ja nicht. Ist ja nicht das letzte Mal, dass ich draußen bin. Nee, aber hier ist leider keiner. Gut. Also suchen wir uns jetzt einen Weg, wie es weiter geht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier. Genau. Und hier war auch eine Batterie. Und der Schlüssel. Oh, ich finde es so unangenehm, dieses... Wenn man einen Schlüssel aufsammelt, dieses Ding. Zum Beispiel wegen dem Doktor, weil es halt mit dem Doktor dann immer abging. Und hier noch mal kurz nach Batterien umschauen. Oh! Ganz blöde Idee, glaube ich. Ich glaube, ich habe gerade irgendwie das Spiel geärgert. Es sollte mich eigentlich erwischen. Upsi. So eine Reflexreaktion. Einfach Tür wieder zuknallen. Okay. Hier ist nichts weiter. Hier auch nicht. Ich glaube, ich bin hier irgendwie falsch. Oder kann ich hier irgendwo hochklettern? Na, da. Also hier der Teil, es verschwimmt jetzt immer mehr mein Wissen. Jetzt weiß ich langsam nicht mehr überall, wo ich lang muss. Aber an das Dach hier oben erinnere ich mich noch wieder jetzt. Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, das war falsch, oder? Ich muss hier nicht rein. Nee, muss ich auch nicht. War das so eine Batterie? Nee. Ist hier hinten eine Batterie irgendwo? Nein? Schade. Ähm. Hier eine Batterie irgendwo? Auch nicht. Also wieder hoch. Ich verstehe nicht, warum er nicht einfach versucht, sich zu verziehen, ey. Oh, jetzt hin. Jetzt runter. Jetzt runter? Ich glaube, jetzt runter. Ja, jetzt runter. Jetzt ganz runter. Ey, die Batterien. Die lutschen sich echt weg, ey. Nee, hier ist aber leider keine Batterie. Okay. Ich eigentlich auch. Da steige ich mich ein. Ähm. Batterien. Ich brauche Batterien. Nee. Bin es richtig. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ich bin verwirrt. Ähm. Hallo? Ich glaube aber hier hoch muss ich gar nicht. Auch wenn es verdammt richtig klingt. Von der Musik her und alles. Ah. Das war anscheinend richtig. Oh nein. Oh mein Gott. Heilige Scheiße. Oh nein. Du kommst auf mich zu. Das ist nicht toll. Äh. Äh. Das ist richtig. Das ist richtig. Ah ne. Ist einfach nur. Er kann trotzdem jederzeit ganz easy zu mir. Kann ich hier hochklettern? Ja. Ich kann hier hochklettern. Ich glaube aber wegen dem Rohr komme ich nicht weiter. War mir klar. Ne. Ne. Das mache ich jetzt ohne. Und halt mit diesen kleinen... Ohne Lernbatterien mache ich das jetzt. Ohne Lernbatterien. Ja. Aber das war doch richtig, oder? Ist hier ne Batterie? Hast du ne Batterie für mich? Nein? Nein. Ähm, okay. Ah, also hier könnte ich mich zum Beispiel verstecken drin. Alles klar. Er kommt gleich nochmal. Nein. Ja, echt? Hat es gereicht? Ah, ich liebe dich, Ecke. Wo geht er hin? Wo geht er hin? Wo geht er hin? Da hoch muss ich. Wie so ein Krebs. La, 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 la. Hier runter? Oder hier hoch? Hier runter, glaube ich. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ah. Ist er weiterhin da? Ah, okay. Die waren hier vorher nicht drin, glaube ich. Oder ist es gar nicht der Grund von eben? Ist nicht. Hab ich jetzt verwechselt. Ich brauch ne Scheiß-Batterie. Aber das macht jetzt grad keinen Sinn. Mit ner Batterie ne Batterie zu suchen. Mit ner... Ja, mit ner Batterie ne Batterie zu suchen. Ich hab mich grad fast vor meinen Schatten erschreckt. Aber nur fast. Aha, so. Also muss ich gar nicht hier rein. Weil das nicht funktioniert. Alles klar. Batterie? Ach man. Ich hab gedacht, ich hab beinig gesehen. Okay, weiter geht's. Also hier oben rein. Okay. 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 You saw the wallrider, didn't you? You're beginning to understand. But not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon. Soon. This way. Revelation is at hand. Ja, du Spaßvogel. Wie soll ich da hochkommen? Wie ist denn eigentlich keiner mehr ne Batterie für mich? Ah, gut. Ja, na, also. Ich hab noch, praktisch hab ich noch vier Batterien. Also drei und ein großes. Äh. I don't like it. Ach, ist das jetzt das mit den, mit diesen Sicherungen? Ich weiß es nicht. Ich glaub schon. Ja, ist es. Die Nachricht, die müssen wir lesen. Weil diese, diese Nachricht, die hab ich sowas von, fand ich sowas von gruselig. Ich weiß es nicht. Und jetzt. Was ist denn denn? Bei der Wand aber nix weiter Batterie gibt es hier nicht mehr Batterie? Ja Sehr gut Die Musik gefällt mir grad sowas schon gar nicht Und mich an die erinnern Erst recht nicht Aber ich find doch mein Stand der Batterien nicht toll Du Scheiße, ey Einer in der Größe Meise wie der andere Ah Nein Gib mir die Batterie Fünf Batterien Geht doch Erstmal Erstmal Immer erstmal Im Zweifel falls immer erstmal runter Ah Das war mit der... Das war... Das mit dem... Dem Typen der Und...